Aloha und herzlich willkommen zu Tag 8. Die Horde haben wir gestern gut überstanden. Wir haben heute mittlerweile Sonntag. Geistig bin ich so semi-anwesend, aber wir kriegen das hin. Wir haben hart Hunger, da müssen wir uns auf jeden Fall drum kümmern. Und ja, Horde war ja nicht das Riesenproblem. Wir machen mal kurz hier Tasche leer. Wir brauchen ja, oh Gott, wir haben gar keinen Platz mehr. 150 Pfeile davon reichen uns, würde ich sagen. Das reicht uns auch. Das brauchen wir jetzt nicht, das brauchen wir jetzt nicht. Gut, jetzt muss ich erstmal kurz ein bisschen reinfinden. Lebenstechnisch geht es uns halbwegs. Hunger. Hunger ist ein Thema. Ich wollte den Tag damit beginnen, unsere Horde-Base wieder auf ganz zu machen. Dann brauchen wir uns nämlich das nächste Mal da nicht drum kümmern. Und dann sollten wir natürlich auch mal in Richtung gehen, die Werkbänke herzustellen. Was in mir die Frage aufwirft, wo wir die denn überhaupt hinbauen. Weil die Dinger sind ja relativ groß und unsere Hütte ist relativ klein. Gucken wir mal. Wie wir das machen. So, wir machen erstmal unser Horde-Dings hier ganz. So, hallo Danu. So viel kaputt gemacht haben sie ja auch gar nicht. War ja auch bloß die Tagsieben Horde. Wieso brennt eigentlich das Lagerfeuer noch? Hatte ich die nicht ausgemacht? Wir nehmen mal die Frames der Weile da raus. So. Das können wir für die nächste Horde auf jeden Fall nochmal nehmen. Okay, da haben sie uns eins weggeklüppelt. Machen wir gleich mal eine neue. Ja, essen. Weiß ich noch nie, was wir da jetzt am besten, am schlauesten und so. Gucken wir mal. Ja, das Hörtchen, das Hörtchen war ja echt Pille-Palle. Boah, mit der Axt zu reparieren dauert ja zum Glück auch nicht lange oder so. So, haben wir das schon mal wieder auf Vordermann gebracht? Sehr gut. Wisst ihr, was wir machen? Der Tag hat ja auch gerade erst angefangen und wir haben Hunger. Wird zwar schwierig. Wir haben es mal gucken, ob wir unterwegs irgendwie wenigstens ein paar Äpfel oder irgendwas finden. Wir schnappen uns unsere Schaufel. Wir haben ja noch diese Bird Supply Quest. Da kriegen wir doch auf jeden Fall was zu essen. Also insofern wir sie erfolgreich abschließen. Und außerdem wollen wir eh Quests machen, weil es wird langsam mal Zeit, dass wir unseren Gürtel erweitern und so Geschichten. Bleibt nur die Frage, da ist unsere Schaufel. Okay, das können wir einstecken lassen. Das Eisen brauchen wir jetzt allerdings noch nicht. So ein sechster Gürtel ist doch ausreichend. Ja, nein. Aber ich fühle mich da ja eh schon wieder. Wir haben jetzt Tag 8 und wir haben erst eine einzige Quest gemacht. Das ist halt... So, wir sollten im Bogen... Ja, wobei, warte mal kurz. Ich nehme erst mal den Stein in die Hand. Ja, ich würde gerne... Hallo? Dankeschön. Na, immerhin schon eine. Ja, das ist halt nicht viel. Ja, das ist... Oh, hier. Also A, sammeln wir natürlich Nester ein. Ah, schade. Und Soja. Auch mit dem Soja können wir zwar aktuell, glaube ich, noch nicht allzu viel anfangen. Reis wäre cool. Und wir müssen halt die Werkbänke. Die Werkbänke werden wir in der Nacht bauen, weil... Oh, die dauern ja irgendwie eine Viertelstunde oder so. Und ich glaube, wir fangen mit der Alchemie-Werkbank an, damit wir... Ja, wisst ihr, was ich jetzt nicht mitgenommen habe? Die Spitzhacke. Aber ganz ehrlich, da können wir uns ja auch schnell eine neue bauen. Falls wir Nitrat sehen, würde ich da nämlich auch welches mitnehmen wollen. Wo kommst du denn auf einmal her, meine Freund? Ja, die hat mich natürlich auch gewöhnt. Ich mag euch Griecher nicht. Ihr seid nervig. Stehst du nochmal ab oder bleibst du liegen? Wollten wir kurz gucken, ob das hier irgendwie ein besonderer Baum ist. Ne. Die kommen mir schon hinterher, wenn sie irgendwas wollen. Alles, was so am Boden rumkraut, mach ich nicht. Das treffe ich immer so schlecht. Erstmal mitnehmen. Wo kloppt mir einer gegen den Baum? Ach da. Oh, wir sind jetzt schon überladet. Müssen wir eh gleich nochmal aussortieren, bevor wir anfangen mit Graben. Ich meine mittlerweile brauchen wir ja wenigstens keine halbe Stunde mehr, um so einen Zombie zu killen. Klar springst du in dem Moment. Oh, habe ich gerade einen Wolf gehört? Finde ich nicht so gut. Finde ich nicht so gut. Weiß gar nicht, wie weit wir mit dem Knüppel sind auf uns schon, aber ich glaube, wir können uns noch keine besseren machen. Huch, was hast du denn so eilig, junge Frau? Ja, dass wir Hunger haben, ist halt ein bisschen, aber ein bisschen Problem, was unsere Ausdauerregeneration angeht. Ja, haut euch mal ein bisschen. Oh, da steht einer links neben mir. Wir Zombies und der Onkel trifft nicht ein. Nicht den heutigen Tag hier schon wieder mit einem Tod anfangen, das wollen wir vermeiden. Sind es schon wieder fünf. Es werden halt auch schon wieder viel mehr statt weniger. Und da ist natürlich auch noch der Wolf am rumwömmeln. Oh, das ist es. Wir sind ja noch zwei. Wo kommt ihr denn alle her schon wieder aus? Welcher Ecke kommt ihr denn gekrochen, Bräune? Was wenigstens hinter uns zum Platz ist. Ich habe ihn nicht gesehen. Ach, Leute. Was ist das denn hier wieder? Ich gehe. Spiel sagt Nein zur Quest. Und wir haben halt hart Hunger. Die aktuelle Frage ist nicht, sterbe ich an den Zombies? Äh, die aktuelle Frage ist, sterbe ich an den Zombies oder an Hunger? Und hier noch einer gelatscht. Und noch einer. Brauche ich doch zwei Tage, um mir erst mal die Zombies um die Quest drumherum wegzumachen. Okay. Ich würde sagen, wir... Ich habe auch nur noch vier Wasser. Und da ist noch ein Wolf. Was machen wir? Ich habe gerade überlegt, ob wir Eier kochen. Aber dafür haben wir nicht genug Wasser. Okay. Wir werden uns als allererstes mal kurz hier auf diesem Dach... Wir haben jetzt natürlich zwei Geier geweckt. Die zu doof sind, an dem Dach vorbeizufliegen. Was mich jetzt gerade ein bisschen nervt. Okay, die hängen da halt fest. Das ist okay. Okay, 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 okay. Wolf nervt, aber Wolf kümmert sich im Zweifelsfall jetzt erst mal irgendwie... Oh, man, das ist eine Bambuse. Ja, das ist unpraktisch, mein Freund. Ich habe mich gerade beladen. Warte mal. Du bist ja... Gut, denke ich mir auch immer. Du bist ja nur einer und dann sind es wieder fünf. Okay, gut. Wie viele Bambus habe ich jetzt? Wahrscheinlich nicht so viel, wie ich gerne hätte. Aber wir machen uns mal ein paar Wasserflaschen. So. Die brauchen wir jetzt nicht. Die brauchen wir jetzt nicht. Die brauchen wir jetzt nicht. Na klar, hast du mich getroffen, mein Freund. Na klar. Leck mich doch, ey. Kann ich hier mal ganz kurz mein Inventar checken? Wir müssen was wegschmeißen. Kommt die drei Nitrate und das Fett fliegt jetzt weg. Und jetzt suchen wir uns nochmal kurz ein Dach. Dann machen wir uns ein Campfire. Und dann kochen wir uns Eier und Wasser. Auch wenn das jetzt ein paar Minuten dauert. Woanders geht es gerade nicht. Ich weiß nicht warum, aber das Dach hier spricht mich gerade irgendwie an. Auch wenn da Zombies oben drin stehen. Ich hoffe einfach, dass das jetzt keins von den Dächern ist, was einstürzt. Aber das ist eine andere Hütte. Und ich hoffe, dass das Ding einfach lange genug lebt, dass ich was essen und trinken kann. Boah, das ist einfach so ewig und drei Tage dauert. Oh, das wollte ich eigentlich nicht, aber... Schön hier. Gefällt mir. Das da sind doch so Nahrungsmittel-Marktstände. Da könnte man vielleicht auch was zu essen drin finden. Und was ich mich gerade frage, das Gebäude da hinten, das kann jetzt natürlich auch einfach nur eine Textur sein. Ist das aus Stein? War auch cool. Kann aber auch helles Holz sein. Sollte mittlerweile keins mehr drauf gehen, wenn du nur drauf gehst. Ah, okay. Jetzt hatte ich auch bisher nur bei einer einzigen Hütte, wo mir das passiert ist. Also war ein und dieselbe Hütte. Mir ist das zweimal passiert. Dieselbe? Die gleiche? Die gleiche Art Hütte. Wie kommst du denn auf das Dach? Das ist ein bisschen dreist von dir. Ah. Und wir haben Erdwohr. Das finde ich jetzt natürlich ein bisschen übel, weil hier muss ich das so geben. Aua. Als ob die hier hochkommen. Was soll das denn jetzt? Wie viele vor allen Dingen? Da muss er los. Du hast da ein paar Fans auf jeden Fall. Und hier sind noch mehr davon. Das ist ja wie Gamescom hier. Hi Huhn. Tschüss Huhn. Das sind mir einfach... Also das kriege ich ja in zehn Jahren nicht aufgeräumt hier. Um die Quest zu machen. Und irgendwie haben mich die Eier jetzt auch nicht so geheilt, wie ich das gern gehabt hätte, um ehrlich zu sein. Bin ich denn jetzt hinter mir mal ein bisschen? Da ist noch eine... Keine Ahnung, ob wir da schon in der Agro-Range sind. Wir müssen uns hier halt langsam Stück für Stück irgendwie durcharbeiten. Sonst wird das halt nichts wieder krass. Es werden ja... Es werden ja nicht von alleine weniger Zombies. Was das Problem ist, nach spätestens zwei Hits bin ich halt im Eimer. Und jetzt fängt der auch noch an zu rennen. Sollte aufhören mit rückwärts laufen. Weil in die Richtung rückwärts laufen ist noch gefährlicher. Ach na guck mal, da kommen auch schon wieder zwei. Aua. Oh Gott, das will ich... Okay, ich gehe. Ich gebe es auf. Die Quest wird heute nichts. Dafür sind wir einfach nicht... Dazu sind wir einfach nicht imstande. Weil ich halt auch immer noch keine Heilung herstellen kann. Also ich meine, selbst wenn ich... Die Alchemiebank gebaut habe, können wir immer noch keine Heilung herstellen. Weil uns natürlich noch die Zutaten fehlen. Ja, den Topf brauchen wir jetzt nicht. Boah, ey. Wäre so wichtig gewesen, die Kiste auszugraben. Könnt ihr nicht wenigstens mal was kleines zu essen drin sein? Ein Hit und ich bin kaputt? Wäre so wichtig gewesen, die Kiste auszugraben. Okay, hier scheint ja gerade mal ein bisschen ruhig zu sein. Wahrscheinlich nicht lange, wenn ich das hier mache. Die Knochen fliegen auch weg, die brauchen wir nicht. Normale Bandage heilt ja nicht. Zufällig ein Obstbaum dann eher. Ich sehe keinen. Warum kann ich eigentlich kein Bambus essen? Warum kann ich eigentlich kein Bambus essen? Ich glaube, Bambus ist auch nicht so lecker, ne? Warte mal, bevor wir Holz abbauen, lasst uns Bambus abhauen. Da kommt ja zumindest ab und zu mal so ein bisschen Zucker raus. Der heilt doch auch ein HP. Soll ich dir den Magen aufschneiden? Ah, pappalapapp, bevor ich verhungere. Jetzt habe ich mich mal nicht so. Ich habe, glaube ich, gerade neben mir was gehört. Oder war das mein eigener? Kommt natürlich kein Zucker raus, ne? Und wenn ich... Wenn ich keinen Zucker haben will, da kriege ich meistens welchen. Wobei, warte mal, Zucker kriege ich, glaube ich, bloß aus dem Ausgewachsenen, oder? Ich habe keinen Wagen. Bin da noch nicht so ganz... Ah, guck mal. Wurde das noch mal ein bisschen angepasst? Ich bilde mir ein, letztes Wochenende mehr Zucker bekommen zu haben. Aber... Das wäre ja auch nicht problematisch. Das kann eine schwere Einbildung sein. Das wäre ja auch nicht. Ich werde einfach... Scheiße, ich bin mein Gott. sohn tag einen erholsamen sohn tag ist nicht und vielen vielen dank für dein resub im 52 monat dankeschön liebe für dich meine bambus können wir immer gebrauchen da vertreiben wir uns zumindest ein bisschen die zeit bis das wasser dadurch gekocht ist die kleinen kummer gerade sich was bewegen lassen jetzt war ein huhn bringt uns nichts mit fleisch können wir nicht allzu viel anfangen aber falsche richtung ich taste gedrückt du bist immerhin zumindest mal aktuell alleine nicht treffen mein freund belastend wenn man seinen schweren schlag daneben setzt kommt voll einfach um du mir doch einfach den gefallen und stürm dankeschön das wäre übrigens jetzt gerade aufgefallen wo noch mal die einblendung kam mit dem level ab ich weiß gerade gar nicht was ich gelevelt habe und ich weiß auch gar nicht inwiefern das überhaupt möglich ist wäre natürlich super cool wenn er direkt dabei stehen würde welches level man erreicht hat dann müsste man nicht ständig nachgucken aber das ist so meckern auf ganz hohem niveau aber wir nutzen die zeit mal kurz und gucken tatsächlich nach wie weit war jetzt hier im auch junge und gerade mal gucken wie weit ich mit meinem knüppel bin schießt denn hier mit bambus feine denkt wahrscheinlich will ihm eine akkupunktur verpassen das kitzelt den doch nur oder ok der fall ist einfach straight durch ihn durch geflogen und kennt aufpassen dass ich nicht durch mein feuer laufe das wäre jetzt mein todes urteil da kann man auch mal bisschen bogen schießen leveln aber so langsam dürfte dann auch mal sterben hätte ich kein problem mit dankeschön wohnen so ja ja das ja da ich 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 so richtig viel leben gibt uns das halt auch nicht so wir gucken mal vielleicht hat sich ja die lage etwas beruhigt bezweifelt zwar irgendwie essen bestellt check mit dem zweiten schrank weitermachen naja was gibt es denn heute feines bei der sabrina weiß noch nicht was es bei mir heute gibt aber ich glaube bei mir gibt es heute reis mit hähnchen geschnetzelten oder so müsste nur irgendjemand den reis kochen und vielleicht irgendjemand das hähnchen geschnetzelte braten weiß noch nicht wer das machen soll aber der plan oder einfach nur eins von beiden so gammelfleisch brauchen wir hoch deswegen nehmen wir das mal mit so wie sieht das ja aus auf den ersten blick sehe ich schon mal nix aber das bedeutet ja relativ wenig denn ich höre ja schon wieder jemanden das klingt nicht schlecht aus und richtig guten cheeseburger ich habe gehört ob es soll gesund sein ich habe ihn nicht auf den ersten das wollte ich gerade gucken ich komme mit dem bilder nicht so gut klar das ist klappt da 18 brauchen wir noch zwei level bevor wir uns einen besseren besseren knüppel machen so dann habe ich auch schon wieder zwei wackeln sehen ja wir müssen uns jetzt hier durchkämpfen allerdings habe ich das gefühl dass wir dann die nacht irgendwo da oben auf einem dach verbringen weil da war direkt der kopf weg sehr schön ich habe die auch alle irgendwie schon mal angehittet so tot oder schnelle schutznummer wir hatten ja auch gestern darüber geredet dass es gegen diese gummiarme gibt das wäre natürlich smart gewesen wenn ich die installiert hätte jetzt haben wir wieder so wenig leben was sagten die uhrzeit schon richtung später nachmittag wieder hier wird gar nichts geschafft die frage die ich mir jetzt stelle laufen wir nach hause oder verbringen jetzt machen wir die nacht hier ich glaube fast wir laufen nach hause habe ich da schon was an um 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 für auf jeden fall tot tot okay wir gehen mal richtung nach hause das mit der quest das müssen wir dann am nächsten tag noch mal in angriff nehmen oder so wir gucken mal vielleicht finden wir noch ein paar nester unterwegs weil wenn die nacht vorbei ist spätestens sind wir ja wieder am hundern und werden uns jetzt gleich mal die ich hoffe dass wir alles da haben aber ich gehe eigentlich davon aus dass wir uns schon mal das alchemie ding bauen und vielleicht können wir schon ein zwei pflanztöpfe bauen oder so ich bin halt nicht mehr der jüngste da knackt sagen zu machen wenn ich mich bewege das ist nicht unser zu hause wir gehen erst mal straight heim weil ich mich gerade frage moment war das nicht hier wo ein bisschen wasser irgendwo anscheinend kein wasser für den onkel na gut erd vorkommen ja auch noch mal gucken wie weit der weg ist schon einstecken kommen mitnehmen die ersten sachen dürften ja auch wie sporn haben ich habe durch den respawn auf sieben tage eingestellt das sieht dunkel aus ich glaube gerade richtung händler ist nicht so smart wusste mein bett dann brauchen wir uns jetzt nicht mehr ganz zu stressen auf den baum hier würde ich gerne noch mal einschlagen da müssen wir aber ein paar sachen wegschmeißen knochen aber du fliegst weg und ganz ehrlich die bei leim und so aber ich habe nichts anderes was ich wegschmeißen will dann sind wir halt kurz ein bisschen überladen weil wir kriegen man dieses komische zeug und die raupen raus ich weiß nicht wie viel man da ist ja vielleicht ganz smart war immer mal vorbeizugucken wenn man dran vorbeiläuft ist das knacken jetzt eigentlich wieder weg ja sonst hätte ich schon was gesagt gehst du denn aus ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht haben wir schon oder ja aber wir haben sind kaputt gut damit neigt sich tag acht dem ende wir werden jetzt hier im stream noch übernacht die werkbänke bauen und auf youtube sehen wir uns morgen wieder wenn wir dann mit tag 9 weitermachen und hier vielleicht schon die alchemie werkbank stehen haben wo wir vielleicht etwas zum anpflanzen drin bauen gucken wir mal also macht's gut bis dahin ciao